Hi Leute, ich habe mir überlegt, ich will auch mal ein bisschen spontane Videos machen, so old school wie früher, einfach mal so Quick Tips mäßig und heute soll es um das Thema Research Tools gehen. Research Tools, sind die wirklich nötig? Bringen sie dir was? Und solltest du da investieren oder geht es nicht vielleicht auch anders? Und das werden wir heute in diesem Video besprechen, bringt dir auf jeden Fall viel mehr Verkäufe und auch viel mehr Geldersparnis, also deswegen jetzt dranbleiben. Nun im Print on Demand ist es nun mal so, wir kombinieren verschiedene Interessensgruppen, wir kombinieren verschiedene Berufsgruppen, Haustiere und so weiter und so fort und davon gibt es nun endlose oder eine schier endlose Möglichkeitenanzahl, was man so an Designs kreieren kann. Wer mal bei Amazon einfach so reingeguckt hat, wie viele lustige T-Shirts gibt es da so in etwa, ja der kann sich schon so in etwa denken, was da auf ihn zukommt. Und da braucht man irgendwo Daten halt, um zu sagen, okay das sind die Sachen, die Leute kaufen, daran kann ich mich orientieren. Weil bei Millionen und Milliarden an Designs, die es halt auf den ganzen Marktplätzen gibt, musst du schon irgendwo einschränken, was lohnt es sich überhaupt zu machen und was lohnt es sich nicht. Was bringt denn nichts oder du musst dir immer überlegen, es verkauft sich nicht alles und was sind jetzt die besten Shirts, die am meisten gekauft werden. Und bei dieser schier endlosen Masse an Designs, die es einfach überall gibt, da braucht man halt schon irgendwo so eine Eingrenzung, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt von den besten Sachen, die sich halt verkaufen, da mich inspirieren lasse und da halt neue Sachen oder andere Sachen, halt Designs sogar zum Teil verbessere einfach, da sind die Chancen natürlich viel höher, dass ich was verkaufe, als wenn ich jetzt einfach auf blauen Dunst irgendetwas mache. Und deswegen sollte auch jeder so ein Research Tool irgendwo haben, zumindestens eins sollte jeder haben in diesem Business, denn klar, man kann auf organischen Wege oder mit dem normalen Auge sicherlich auch Trends erkennen. Also ich habe auch sehr, sehr gute Designs damit halt erkannt, indem man wirklich darauf achtet, wo ist halt wirklich Suchvolumen da, wo ist die grobe Masse, die halt einkauft. Und wenn du da halt rangehst, das ist ja immer dieses Beispiel, was ich so habe mit den Zielgruppen, wenn du zum Beispiel, machen wir mal, blenden wir mal hier so doch was ein, jetzt kommt wieder schon wieder Technisierung hier. Wenn du ohne Tools suchst, musst du immer im Zielgruppen denken, weil die Chance soll ja hoch sein, dass du verkaufst. Dementsprechend muss auch das Suchvolumen hoch sein von denjenigen, die da etwas kaufen wollen. Bedeutet, wenn du jetzt Zielgruppen hast, solltest du eine große Zielgruppe statt eine kleine Zielgruppe halt hier raussuchen, denn wenn du große Zielgruppen miteinander kombinierst, dann ist halt einfach diese Schnittmenge und dieses perfektere Targeting ist da halt viel größer als halt bei kleinen. Ich hoffe, du kannst das so in etwa jetzt nachvollziehen, die beiden Kreise, das sollen jetzt die großen und kleinen Zielgruppen einfach mal sein, dass du siehst, dass diese Schnittmenge sich da dementsprechend verändert. Und darum geht es halt einfach, du musst wirklich die Augen auch offen lassen, wirklich, wenn du durch die Welt gehst, genauso wie bei den Einhörnern, auch wenn ich es jetzt immer so als Beispiel nehme, aber die Viecher sind einfach überall. Wenn du einfach mal darauf achtest, auf der Cornflakespackung irgendwo im Supermarkt, auf jedem irgendwie Süßigkeitenzeug sind die drauf, auf den Kinderzeitungen sind die drauf, an der Tankstelle springen sie dir schon als Stoffviech da entgegen und so weiter. Also Viech jetzt nicht bloß, ihr meint, überall sind die Dinger halt einfach so und auf diese Trends, auf diese Dinger musst du achten. Und diese Sachen organisch machen, das bringt dir auch was. Allerdings ist es bei Research Tools halt wirklich so, das sind ganz klare Daten, die suchen dir das halt raus und damit hast du es wirklich schriftlich in dem Sinne belegt und kannst halt wirklich damit direkt die Sachen halt auslesen. Zusätzlich ist bei diesen Such Tools oder Research Tools ist, dass du sogar noch die Keywords auslesen kannst. Welche sind die häufig oder am häufigsten benutzten halt in den Titeln, in der Beschreibung und so weiter. Und das macht einen riesen Vorteil, weil du damit natürlich deine Listings prozentual viel genauer halt targetieren halt kannst oder halt schreiben kannst, als wenn du sowas nicht hättest. Weil dann weißt du ganz genau, okay, wenn du zum Beispiel in die Einhorn-Nische gehst, ist dieses Wort Magical. Magical hat gar nichts mit Pferden, mit Einhörnern, mit sonst was zu tun, ist aber trotzdem oder war in 2018, glaube ich, war es da halt ganz eng in Verbindung. Und genauso ändern sich diese Sachen mal, denn es ist vielleicht nicht mehr Magical, denn es ist was anderes. Und diese Sachen, die kannst du halt auslesen mit Tools. So, die Lara von Merch Informer hat mich nochmal angeschrieben und die hat uns einen richtig coolen Deal angeboten. Und zwar jetzt bis Ende des Monats können alle Leute die Pro-Version vom Merch Informer für 15,99 statt für fast 60 Euro halt bekommen. Das ist ein geiler Deal und auf jeden Fall jetzt fürs Quartal 4 15 Euro. Ey, das sind zwei T-Shirt-Sales in dem Sinne und dann hast du die Mühle halt raus. Und man muss sich halt immer überlegen, jetzt ganz ehrlich mal Real Talk, was braucht man denn davon? Komm, wir nutzen es doch alle, wir gucken einfach rein, was sind die meistverkaufenden Sachen. Das ist der einzigste Wert, der uns groß interessiert. Klar, es gibt halt viel andere Tools, die noch tausend andere Sachen bieten, die haben aber auch dann höhere Preise und dann nehmen sie irgendwo 50, 60 Euro oder irgendwie sowas im Endeffekt. So, und das brauchst du gar nicht, sondern da kannst du in dem Sinne, was heißt Merch Informer hat eher auch so Sachen wie Trademark Check und sowas. Und es ist halt einfach mal eins der ältesten Tools, was schon am Markt ist. Das ist halt am bewährtesten. Ich bin halt immer so, immer das Neueste muss jetzt auch nicht sein in dem Sinne, weil die alten Sachen, das sind meistens die, nämlich die schon erprobten. Da sind nämlich schon ein paar Updates rübergegangen und das ist halt so der Ur-Vater-Baustein hier, sage ich jetzt mal von allem. Also Merch Informer auf jeden Fall mal auschecken, weil da kannst du wirklich alles auslesen. Da siehst du halt, was verkauft sich, da siehst du die Keywords, da siehst du auch so Sachen wie Trends, einfach Movers, Shakers. Du hast einen Trademark Check, kommen wir jetzt nämlich zur nächsten Sache. Da kannst du deine Sprüche halt einprogrammieren und immer mal überprüfen lassen, ob da halt was eingetragen ist und so weiter. Das ist halt auch eine sehr, sehr coole Sache. Und viele, viele weitere Funktionen, die halt dieses Tool einfach noch hat. Und diesmal sogar in der Pro-Version. Gut, kleine Info noch am Rande. Bei Instagram findest du mich bei frank-bendler. Gut, warum solltest du jetzt da folgen? Ganz einfach und zwar zwischendurch in den Storys werde ich immer mal wieder irgendwo ein T-Shirt-Design zeigen, was Leute so kaufen. Und ich werde dir ganz genau beschreiben, was da einfach so das Special halt ist. Warum kaufen das Leute? Wie habe ich es geschafft, mich damit halt so nach außen zu stellen? Und da wird alles so ein bisschen direkter besprochen, dass du wirklich das Ganze in der Umsetzung siehst. Also bei Instagram einfach mal folgen. Frank-bendler. Mal gucken, wie wir den Kanal aufbauen. Gut, lass auf jeden Fall hier ein Abo da. Ja, das war heute ein bisschen ein kurzeres Video, aber kurz und knackig, um es mal so zu sagen. Ich wollte euch nur ein bisschen über dieses Sonderangebot halt von Merchantformer halt informieren, dass ihr da halt dementsprechend auch das richtige Werkzeug halt an der Hand habt. Das richtige Werkzeug natürlich... Ach, schade, so machen wir jetzt keine Werbung hier wieder. Mir ist es zu langsam auch zu blöd, immer mit der Werbung zu sagt. Ihr wisst, wo ihr alles findet. So, wenn dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall für den Algorithmus natürlich wieder einen Daumen da drücken. Einfach mal klicken, das würde nicht schaden. Und dann natürlich auch gerne hier ein Abo da lassen, denn hier gibt es viele weitere Tipps. Und auch so eine Benefits wie gerade eben. Spart dir Geld, Zeit und entsprechend bringt dir mehr Sales. Ey, jetzt hat mir echt ein Vogel auf die Heckscheibe gekocht.